Hallöchen Youtube, hier sind wieder Kollegen und willkommen zu einer Folge Bad Wars auf dem Server.com und ich wünsche euch viel viel Spaß beim Kunden dieser Folge. Wir spielen heute auf der Map Caravan, ja auch schon eine sehr, sehr, sehr alte Map. Ich finde die eigentlich relativ geil, die hat irgendwas. Und ja, wir wollen uns jetzt erstmal zum Gegner. Und ja, ihr könnt auch mal gerne bei meinem letzten Video vorbeischauen, bei meinen letzten beiden Videos. Das sind Tutorials, einmal zum Fast Bridgen und einmal mit Schwert gerackt, easy. Und einmal zum Labymod. Und ja. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Und ja, wie gesagt. Wir wollen uns jetzt erstmal in die Mitte, dann haben wir ein bisschen Gold. Ich Vorteile, wie ich mal gehört habe. Alles klar. Ich fall halt runter. Ah, scheiße. Egal. Ähm, gut. Nachbar kommt nicht. So, sind wir mal ganz fix heute. Jetzt habe ich mich einmal verkauft. Und dann gehen wir mal sofort in die Mitte. Da ist zwar jetzt schon einer, aber... Who cares? Wenn ich jetzt wieder fälle, raste ich aus. Ah, Junge. Bin ich da behindert? Komischerweise kann ich im Singleplayer einfach mal Stacks verigeln. Und auf Gomme verkacke ich es einfach. Instant. Mein Gott, Alter. Was zur Hölle war das? Ich gehe jetzt nur noch mit wenig Sachen drauf. Das ist mir zu wertvoll, alles. Das ist ja Verschwendung, was ich mache, Mann. Das wird ja eine langweilige Runde. Wenn ich die ganze Zeit im Runde falle. Ich nehme die Kämpfe schon, zwei. Was geht denn bei mir falsch, Alter? Wie lange brauche ich denn? Ja. Komm, Alter. Das kann mir keiner erzählen, Mann. Ey. Alter. Leck mich am Arsch. Mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Bitte. Bitte. Really, Nigger? Juckt mich halt nicht. So. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Team. Junge, ich dachte, wenn mich jetzt der Bogen runterschießt, ne? Achso, der hat schon kein Mitmehr. Hä? Nee. Was? Hä? Was war das jetzt? Oh, nee. Alter, das war richtig knapp. Final Shot, Digga. Jetzt porte ich mich, glaube ich, lieber wieder nach Hause. Ich glaube, es ist Saver. Okay. was war das jetzt gerade bei grün er ist gestorben war das nicht der aus der mitte das war der aus der mitte alles klar er denkt sich halt springe ich noch mal runter so kann er uns auch nicht runterlaufen denn wir wollen ja noch den kill haben oder leute ja gehen wir mal darauf ach kommt ich bin mir heute mal so falls ich fehlen sollte dann kann ich nämlich trotz bogen schön fast bridgen jetzt fehle ich nicht ne ist klar und ich mach zu so nem shit tutorial alter so wäre das auch gegessen das auch und dann gehen wir mal zum gegner hoffen wir mal dass der noch drin ist ja hä hä wo ist der ja ok mein bett wird zerstört toll aber wo ist der türkise es ist toll für blau dass er jetzt mein bett zerstört hat aber wo ist der türkise wo ist der türkise alles klar läuft halt alles gut soweit alles klar ok er ist nicht hier er hat sich so richtig billig darüber gebaut alter oh ne oh ne ach gott ne komm komm Alter geh dich vergraben du bist der letzte ich bin um einiges besser als du hab nen bogen ja gut ja gut bitteschön mach es dir gemütlich bitte so ja hier noch ein bisschen trappen so ach ich würde schon gern sehen wie der stirbt ja 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 das war's eigentlich schon mit der runde von heute ich hoffe sie hat euch gefallen bis zum nächsten mal und tschö mit 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 mit